Die Toten waren ja die ältesten, wenn wir kamen aus der Schweiz. Aber ich hoffe, wir sind nicht zu negativ aufgebaut. Wir müssen nächstes Mal bei Wittlingerfrag kommen, wie die Schweiz. Wir haben nicht. Das hat es in allen. Ich hoffe, ihr könnt mit uns umgehen. Aber das ist gut. Ihr braucht unsere Reise an, wir haben ja viele Highlights erfahren. Mit Ironien in Städten, Tempel und so. Und ein weiteres Highlight war sicher unser Reiseleiter Saranen. Ich habe noch nie einen so spassigen, rustigen Reiseleiter erlebt. Und durch das, als er einheimischer ist, konnte er mit seinem Hintergrundwissen wirklich uns Land und Leute näher bringen. Und wir haben wirklich viel gelernt über das Land, über die Kultur, über die Religion. Und ich hoffe, wir können etwas von denen in unsere Länder zurücknehmen. Ja. 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 Und Saran, du hast das. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020